das ist auch sehr wichtig ist es auch so was sie sind im hauptmenü sich im hauptmenü packt das rum das ist sogar für die kiste aufmachst oder das abbaust aber dass die sachen in der hand und so er ist nämlich auf jeden fall gut erkennen hallo leute dass wir kommen zur vierten folge der take of the beat team wieder alle zusammen ja warum wir zusammen sind ganz einfach wegen regelbesprechung eben gibt es irgendwelche vorschläge oder änderungen eurerseits ich hab nix zu meckern ist alles gut so ich eigentlich auch nicht ähm bei mir ist auch nix und ich hätte einen vorschlag wir machen so was wie eine grace period dass wir irgendwie ein datum festlegen oder halt eine folge festlegen ab wann wir halt ähm uns bekriegen dürfen weil ich finde man sollte sich ja erstmal seine existenz aufbauen dürfen und nicht direkt angegriffen werden oder nein ja das ist ja ok okay ähm ich weiß nicht was mein pc ähm ich weiß nicht was mein pc äh amd mit diesem spiel hat das ist ja erweichen sind so eine art meeting ok dann schmeiße ich mir hier den ganzen rest raus richtig den rest er den rest was da mit dem rest raus geht der rest ist draußen ich glaube ich werde mein amd verkaufen und irgendwie erst mal ein intel i3 oder sowas damit ich wenigstens hier black frei spielen kann ich stelle eine grafik sache und wenn sollte der amd das gerade noch so schaffen die zwischen amd mensch das sind menschen die in amd haben naja ich gehe mal wo gehen wir vielleicht ausmachen ich bin in der spiel erster zu meinen größen weiterbauen hat mit dem botan wird jetzt bei der anderen base weitermachen oder bei dem lager lager in die neue neue base ich brauche irgendwie essen wir haben nichts dann gehe ich mit mich fliegt mal eben los und suche was das ist echt schlicht zu fliegen aus meiner Sicht wird eigentlich so niedrig das finde ich doof der balance des klopft das sind ja so wenig FPS in jahr das habe ich eben auch gemerkt deswegen zu schluss mit dem türen er der tasse kann ich nicht besser zu einem zu mir ich bin ich bin die kuh warte mal wo sind meine minion teile jetzt kann ich mal fliegen so scheiße ist man eigentlich hat ich mache mich mal zum pferd mal gucken ob man so schnell ist ich bin ein bisschen stack mit kann mich jetzt jemand mal zu besser portieren hauptsache kann irgendwer mal da wird erklären dass wir schon lange aufnehmen bei mir geht's nicht ich bin gerade immer noch in einstellungen raus ah jetzt ich habe nur skype und dieses programm und das sind bei mir gar nichts stell deine sachen richtig runter wie schon gesagt da funk erstens wieso schrumpf ich zweitens auch scheiß bin im dingens land kann mich mal jetzt schnell jemand porten in was land ein quicksand also ein dingens du bist bei mir nicht bewegen nicht bewegen das hätte schlimme folgen haben können das ist ja wenn er darunter gefallen wäre ich will wieder eine federmaus sein ich habe jetzt hier gefixt funktioniert dann glaube ich nicht alter scheiß gelicht mit uns tot ich hätte dich alter 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 zwei leben zwei leben wie schon gesagt ich hätte dich ich jetzt bin ich das gelehrt jetzt bin ich aber ich habe das ding für dich auseinander genommen ich bin ich mache hier ein auf bodyguard von armin was alt als man wird noch irgendwo zum die kürzester ist auch sie wirklich selbst in einem hauptmenü selbst in dem hauptmenü auch das rum das ist sogar für die kiste aufmaßene oder das abbaus ist aber dass die sachen in der hand und so jetzt kann ich mich auf jeden fall gut erkennen armin zum ist gelöst er hat jetzt könnte ich nicht gut erkennen ich frage mich wo meine minions denn alter die habe ich hierhin bordert die musst du wieder neu machen nein die leben noch ist es ja ich hab kein plan wo die sind hat sich einfach zu dir her holen nein mit dem stopp für rechtsklick immer so habe ich versucht ich habe die sogar ich hatte sogar angewiesen dass sie was bauen sollen aber scheiß drauf natürlich die macht die neu wird sie töten wenn du dich nicht findest das geht guck mal du musst einfach nur auf z dann an so mein minions da kannst du die rein machen weil und und stehe das das ist für blaue schleim Ja, die sind übertrieben, ähm... Krass drauf. Ja. Wo gibst du eigentlich nur dieses Vögel? Ich weiß es nicht. Oh, ich will da fliegen. Geh nicht. Das ziemlich deprimiert mich irgendwie. Mich auch, Armin, mich auch. Kann man hier Chicken fliegen? Nein, nur fallen. Aber du hast keinen Fallschaden. Und du fällst ziemlich langsam. Kann Minions mehr beschwören? Kann keine Minions mehr... Wow, scheiße! Kommt da so ein Scheiß Skelett von hinten an, kickt mich runter, Alter. Ich hab übelst viel Leben verloren. Jetzt kommt da noch so ein Scheiß Creeper an. Kacke, Alter. Ich hab noch anderthalb Leben, aber ich lebe noch. Passt du Hilfe? Nee, ich hab den Creeper gekillt, jetzt bin ich ein Creeper. Scheiße, aber Alter, das Skelett kickt mich runter. Ich falle in den Schacht, wo ich heute noch vorgewarnt hab, dass der nicht da reinfallen soll. Hab's aber gerade noch so geschafft, vernünftig zu landen. Sonst wär ich verreckt. Und dann kommt da noch so ein Scheiß Creeper an, den ich noch killen konnte. Jetzt ist da oben noch so eine Dreckspinne. Ich kann mal diese Dreckspinnen. Bitchvieh. Töte es, töte es. Ist schon tot. Was bringt eigentlich Wolle von ner Fledermaus? Hä? Ja, hab ich. Rulof Bart schon zwei Stück. Oh, keine Ahnung. Nur, dass du jetzt wirst, ich bin Creeper. Ihhh, alles klar. So, geil. So, geil. Entschuldigung. Entschuldigung. Ordentlich. Wir haben eigentlich viel Holz. Weiß ich nicht. Ja, haben wir. Seh ich gerade. So. 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 Ha! am liefst du kappern und gehen für das heißt ich kann das nicht sprechen wenn der an die es gibt hat abgabt es ist ein weiterer städte wenn der an die es wird gebacken wird bekommt für das ist das ist aber du auch mit etwas aber nicht so krass wie du wenn der an die es sich wird scheiße es ist scheiße wenn der an die das nicht gebacken bekommt ein wenn der an die es wird gebacken bekommt er muss es ja hinbekommen ich suche grad so währenddessen ähm soll ich mal den kapp brauchst du cobblestone armin oh das war mabel kappels und ich hab mich schon gewundert warum das so hässlich aussieht warum ist das so hässlich heute ist haben ich lasse grad während ich das Programm wieder starten das aber nie will es nicht wieder starten was er sucht gerade wie immer nach preiswerten Sachen die das einzige preiswerte was ich jetzt von menschen gefunden hat war etwas über 100 Euro ich versuche das spiel zu starten ich bin noch gar nicht mehr online egal die naja auf jeden fall arbeiten meine minions wieder das ist gut das ist gut so also haben wir irgendwo eine lava gruppe oder so ich will ein bisschen marble kabelstone loswerden und dann bring das hier hin und dann bring das hier hin ich habe eine kabelkäste mabel ja mabel ich glaube ich kann das irgendwie noch brauchen oder so ich mach mal den einen schacht zu hier gibt es so viele rohstoffe wieder ne hier gibt es überall krass viele rohstoffe und ich glaube die brauchen wir auch ja irgendwie das ist schon eine absicht ja denk ich mal schon ne ok und okay wir können hier es gibt die Sollen wir dieses rote Buch mit den Änderungen eigentlich behalten, oder was sollen wir damit machen? Kann man eigentlich behalten, das ist eigentlich nützlich. Okay, soll ich mal richtig viel Kabel zu dir bringen? Ja, mach mal. Dann lass ich mal die ganzen Erden uns einfach hier. Ich stoff einfach mal alles, was gerade nicht Kabel ist. Irgendwo rein. Öh, achso, ich dachte schon, mir ist heute das klein. Okay, ich bringe jetzt den ganzen Kabel, den wir hier hatten, mit. Alles klar. Ich guck gerade, ob wir noch... Okay. Wo ist ne Kabel? Boah, Alter. Nee, ich kann's nicht mehr normal machen. Ist doch normal. Ich bin richtig erschrocken. Oh ja, weil ich... Scheiße, ich durfte ja... Creep und so. Was geht? Weiß ich, ich hab ne Zombie-Masker auch, aber die sieht man nicht. Ich verkusste, äh, davor, dich zu töten. Ach, da hast du die Kabelkiste. Ich pack dir einfach mal auch dieses Marble-Cabblestone rein, ne? Ja. Ist ja irgendwie ne Mischen aus den beiden. So. Ich hab mich gerade kurz gewundert, warum das nicht zugeht. Danach hab ich... Ja, du bist es nicht mehr drin. Dann geh ich mal wieder Zeug und halt mein Impfen ist ja komplett leer. Soll ich mal schon mal komplette Eisenrüstung für uns alle machen? Mach dir. Ähm... Okay. Ich mein, ja, merke, keine Dias, also... Ja, keine Dias. Mensch, was? Na, endlich, warte, dann krieg ich mich direkt zu dem TP. Ich bin ein Creeper. Ich bin ein Creeper. Bei mir lädt gerade eh noch. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben, nicht bevor du auf... Beforte direkt auf mich drauf aus, ne? Ah, das ist drauf aus. Drossel-Witz. 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 Check was sind. Okay, wir haben noch 39 Dias. In der Käste. Und ich da noch irgendwo, Dias, Ringsstoffz. Nein. 930. Mach mal die Justen. Ich bin... hier im zombie ich weiß da kommt ein zombie er hat irgendwas krasses auf dem kopf muss das nicht als er bringt mich um hätte ich habe gerade einen Hut unlockt Leut er hat sie ihn ja ich hab'n Diamond Armor jetzt hier für dich Armin ich fand ich diesmal vor ich tp mich zu dir bleib du da Leto ja ich bleib hier ich mach dich davon nochmal ich hab dich vorgeworfen extra das ist ja 5 Uhr während der Schule habe ich schon das war schon es gibt sowas wie Kist das muss mich bei uns um hier herstopfen ne das waren die Minions die haben sich grad irgendwie hinter mir hergepottet und das Zeug hinterher gebracht das war ich nicht was ist Tanzhand mit dem ganzen Material Armin das hinter dir liegt ok ich mach mich nochmal jetzt muss ich aber die zombie mask ausziehen weil das Binder aussieht warte mal sind die Minions damit fertig oh Leute hier ist ein Minion ja das ist meiner der hat sich hinter mir hergeportet und ähm hat dir das Zeug gebracht ähm beziehungsweise mir weil ich grad bei dir war weil du gerade eben meintest schmeißt das Zeug nicht hier hin das war nicht ich das waren meine Minions die Schuhe hast du den großen Zufluck was hab ich gerade gedrückt die Leute ich hab mich in dem Moment wo ich mich zu dir tippiert habe gewollt drückt mal B gleich äh äh wo sind das geil äh ja kenn ich oder was ja da ich kenn's auch hier wo wir mit den Raketen weggeflogen sind mal zu einem anderen Planeten und so das geht immer noch Mars wir könnten uns besser auf Mars oder so bauen Uuuuuh das ist ja mies ey das würde lange dauern bis die uns finden alter das ist lustig ok dann mach ich jetzt mal ah ne das reicht nicht für Hosen für alle dann mach ich jetzt mal noch Helme das reicht nämlich gerade noch so aber die Grafiken anscheinend gehen grad gar nicht hier Leto ich und ich tippe mich noch mal zu dir ich finde sieh normal aus ja 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 auf was hab ich das gesetzt dass ich das ändern kann ähm fuck welcher Knopf war das zum ändern wieder hier dieses äh Leto kannst du mal irgendwie schon mal anfangen die ganzen Rohstoffe zu verarbeiten erstens äh ja mach kann ich machen aber welchem war das nochmal und von dem ich das gesetzt habe mit dem das war die Höhe Höhe ja super ja das sieht ja dann normal aus ich bringe den ich geh nur kurz runter ich glaub die wenigsten da unten bei dir ist übersehen wenn wir nicht auf R drücken dann höre ich so klacken ja die haben da die Dias übersehen ich mach jetzt Special Kisten für Sachen die wir eigentlich noch gar nicht so richtig kennen das ist ne gute Idee also drei Special Kisten haben wir jetzt ich renne hier ein bisschen durch die Höhne mit so Piers um wieder weitere Ausrüstung für uns zu machen Prozent Prozent Mark Korn zu mir das was ich unlockt habe das kann nicht mehr aufsetzen wo wo auch ich bin auf dem Weg das ist ein Stück von dir zu mir hallo hallo das heißt ja ja das hat der Zimmer auf dem Kopf das ist ein Hotdog Hut und den habe ich jetzt ich bin doch gut er hat auch was dort gut was doch ich will ich mal zu Armin zeig ihm das man hat sich eher entgegen wenn ich nicht sehen warte 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 nehmen das KW mit für Armin was solltet im Moment tp hier warte 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 das nicht alles aufgesammelt ja ich bin jetzt eingetippt ja dann warte ich tp ich dahin m ich Säme das Zeug auf oder schmeiß irgendwas raus was du gerade irgendwie tust einfach in die Kisten stoppen mann es ist doch was ist das denn überhaupt nicht denn das ist aber das zu brauchen wird alles was irgendwie Köln ist sag wenn du soweit bist a ok bereit mach ich an hey weißt du gehst du weg die Kiste geht zu zu hallo hallo ich habe ein Hotdogut Alter du siehst du sch... klappt das als er nur wie diese Frau bei ähm die Pute von Panem aber die Pute ne nicht der hat ja auch so ein Obstding da auf dem Kopf komm nur her du hässlicher blauer Slime ok da fugt noch einer ich hab nicht gesagt du sollst dein Bruder mitbringen weißt du der kleine holt seinen großen Bruder so voll gewinnen dann bis zum nächsten Mal wenn wir wieder Attack of B Team spielen tschau Leute haut ihr rein dann um die 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 die